Hallo Leute, willkommen beim Testspiel im Südstadion Fortuna Koenig FC Es ist das Spiel vor der Regionalliga West Aktuell spielt ihr heute aber noch Aachen gegen BV Wir beginnen ja eigentlich die Sommerpause zu Ende zu gehen Gott sei Dank Ich weiß nicht, wie ich dir das besser erkläre Ich bin die Brüder, ich bin ja verletzt Ich bin ja verletzt Ich bin ja verletzt Ich bin ja verletzt Wunderkehenskopf Biss das Spiel Ja 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 Ach Halt! Halt! Ja! For Fortuna! So ein Freund! Schweiz aus dem See-Fan. Stücke schon, stücke schon. Ja. Oh Mann! Schweiz! Mal! Aber warum zieht sich das dann falsch um an, das macht doch wahnsinnig. Das war nicht zu klein. Das Ziehstand war die Vorlage, die haben durchgestochen. Einzelnen durchgestochen, nicht mit dem Maschinen. So'sужend geschlagen. Mit der JUD닛 in die Tür wird voll klar. Das war die Podcasts, ja? Ja! So war die Instasen, klar? In München caute Poppe O IG, in Fortuna! Fortuna! 1, 2, 3, 3! 1, 2, 3, 3! Ja, ja! 1, 3! Halbzeit 0 zu 0! Halbzeit! Halbzeit! Stadion! Vielleicht auch die Fölz! Was? 7 Stadion! Und natürlich von Gapel, die sie war drauf, die Gapel, die vielen, vielen Jahren teuer, hat er und hat Fortuna gesagt, dass der Nachgang Götzscher und mit der Ebenungs-Santik Zahn-Louis, die Bink. Niemals. Auch ein Wechsel bei mehreren Spenden. Und noch im Spiel mit der Nummer neun, Luca Reifrich. Das weiß ich selber. Zwei. Also, ich sag mal ein bisschen, Alun für den Liechtenstein. Nur, dass er die Spiele von Luxemburg gesagt hat, aber die... Ja, weil hier macht er Fortuna-Stelle nicht, sprich ja unsere Spieler. Das ist auch nicht der deutsche, das ist die deutsche Amtssprache. Das ist auch nicht, dass die englische Nationale machen. Ja, ich soll nicht, dass die englische Nationale machen. Ja, ich soll nicht, dass die englische Nationale machen. Ja, ich soll ja meinen eigenen. Ich soll meinen eigenen. Ja, ich soll meinen eigenen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So muss man ja mit dem Kalender fliegen. 55. Spielminute. Für unseren 1. FC. Neuer Spielstand 0-1 und Torschützer war der Spieler mit der Nummer 0, Lukas. Der Spieler mit der Nummer 0-1 und Torschützer war der Spieler. Ich bin lieber so Vierte als mit dem Schwedtje Dritte. Wenn es unter dem Weg der Klee kommt, dann geht's. Sauber! Schießt! Schießt! Seine Applaus Was ist denn jetzt? 1-2! GOLF! 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 71. Stimmiger Tiers! GOLF! 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 Das war unsere Nummer 1! Marvin! Lulas! Mervi! GOLF! Geht doch, geil! Der zweite hat es gehalten. 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 Vielen Dank.